Das ist kein großer Schritt, sondern es sind 600 Kilometer. Aber das weiß ich auch und das ist auch gut so. Ich habe gestern Abend nicht viel Eindruck bekommen, sondern wir waren im Hotel. Aber ich werde eine Wohnung hier suchen, ist auch klar, ein Haus werden wir suchen, um hier dann in der Nähe der Arena auch zu wohnen. Aber es ist nicht so einfach. Ich habe schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte. Also von daher werden wir da schauen. Aber das schreckt mich jetzt nicht ab, weil die Geschichte kenne ich schon. Das war vor vier Jahren in Augsburg genau das Gleiche. Da wollte ich auch eine Wohnung oder ein Haus haben. Und dann hat er auch gesagt, er will was Langfristiges. Also von daher, und ich bin dann vier Jahre geblieben, habe ich da eher schmunzeln müssen die letzten Tage.